Hallo, mein Name ist Legendenkiller und ich zeige euch heute, wie ihr die Trophäe Silberputzmittel bekommt. Am besten startet ihr eine neue Trainerkarriere und nehmt als Mannschaft PSG. Aus dem einfachen Grund, da sie schon im französischen Pokal, ich weiß nicht genau wie der heißt, im Finale sind. Das heißt, ihr müsst nicht erstmal noch das Pokal spielen, bis ihr endlich im Finale angekommen seid, sondern könnt direkt das Finalspiel spielen und wenn ihr das dann gewonnen habt, dann habt ihr die Trophäe auch sofort bekommen. Und dafür geht ihr am besten einfach hier rechts, also wenn ihr im Menü seid, im Karrieremenü seid, rechts auf den Reiter Saison. Geht dann runter auf Kalender, auf Kalender, wie es hier zu sehen. Und dann simuliert ihr einfach bis zum Pokalspiel, wie ich das ja auch in dem Video mache. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, dann müsst ihr, also wie das simuliert wurde, dann müsst ihr das Spiel am Ende einfach nur gewinnen. Und dann bekommt ihr auch schon die Trophäe Silberputzmittel. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich hoffe mal, ihr seid der Platin wieder mal ein Stück näher gekommen. Da bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und haut rein Jungs und Mädels. Also, hier ist es, ich kann euch reinigen, wenn euch das rauskakauschen ist. Untertitelung des ZDF, 2020